Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder YouTubers Live 1 und machen direkt weiter hier, würde ich sagen. Warte mal, hat der jetzt was gegessen? Der erste Eindruck zählt, also weißt du was dazu noch? Hau deinen Abonnenten ein Anzocker Video raus. Dazu muss ich erstmal eins kaufen. Ich habe kein gutes Game mehr. Wir haben 30. April. Wollen wir mal gucken. Nee, die haben wir nicht. Oder haben wir doch? Keine Ahnung. Wir holen das hier. Clan Wars. Wollen wir mal ein Preview davon, wa? Ach, das ist ja noch gar nicht gekommen. Hahaha. Sieht es hier aus. So, läuft, 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 läuft. Neues Gaming Video. Clan Wars Preview. So, und jetzt versuchen wir es mal richtig zu machen hier. Und zwar Hab ich nicht. Also Machen wir das 3D Logo. So, von grün zum dunklen. Das wäre das hier. So, vom hellen zum grün. Wer wird dann das hier? Na, das Spiel hängt sich auf. Genau. Kritik. Hauptmenü. Hab ich... Ich hab das da nicht. Machen wir das da. Ähm, vom dunklen zum grün. Wäre dann das hier. Denn, was anderes kann ich nicht machen. Fünf lila zum braun, sag ich jetzt einfach mal. Hammer nicht. Machen wir das da. Scheiß drauf. Ja, von grün zum lila hab ich auch nicht. Also machen wir das da. Genau. Also so, so, so. So. Nee, das müssen wir so machen. So. 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 Rendern. Akzeptieren. Hochladen. Und in der Zeit gehen wir Schlaufe. Und eine runde Arbeiten, würde ich sagen. Hier 80 Mücken, ja. Miete ist klar. Die holen wir uns hier beim Spieleentwickler wieder rein. Genau, 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 genau. Und jetzt kommt bestimmt gleich wieder die komische Troller und geht an mein Zeug. Oder auch nicht. Genau 501 Dollar. Gut. Äh, erste Eindrücke abgeschlossen, ne. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit dem Vlog. Ich weiß es einfach nicht. Alter, 485. Ich hab überall jetzt das dritte, ne. Ja. Dann müssten wir jetzt mit dem vierten anfangen. Also her damit. Tut zwar im Herzen weh, dass ich jetzt nur 16 Dollar hab, aber... Äh... Kriege ich den geliefert, bitte? Danke. Oh, man kann... Oh! Oh! Ähm... Okay. Das geht. Bewerben. Geht nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz arbeiten, ne. Damit wieder ein bisschen was in die Kasse kommt. Dann haben wir nämlich wieder 81, falls die nächste Miete fällig ist. Ich kenn mich damit ja aus. Ich hab ja auch meine eigene Wohnung. Wo es meine Miete ist, ist ein bisschen teurer als 80 Kröten. Kannst du nochmal eine Null hinten dranhängen und minus 60 nehmen, dann ist nochmal dabei. Was war denn das jetzt, äh, Clanwurst? Ähm... Was war denn das jetzt, äh, Clanwurst? Ich hab ein von jedem irgendwie nur zwei, drei Videos. Ich hab ein von jedem irgendwie nur zwei, drei Videos. Okay. Vom Grün zu Lila wäre das da. Grün zu Orange. Hab ich nicht. Scheiße. Mach mal das. Grün zu Lila. Hab ich auch nicht. Kann ich nur das machen. Orange zu Braun. Orange zu Braun. Hammer. Aber dann hab ich hier eine Minuszahl. Scheiße. Orange zu Grün. Hammer nicht. Muss man das nehmen. Orange zu Lila. Hammer nicht. Dann nehmen wir das da. Genau, ähm, das. Ich sortier das dann gleich alles. Äh. Und hier machen wir das einfach mal hin. Jetzt der Scheiß drauf. Oha. Das kaputt machen muss der Lila. Mein Levelchen ist einfach nicht zu schaffen. Ähm, ja, komm. Holok essen. Und wir essen noch ein Sandwich hinterher. Gehen noch eine Runde pennen. Dann nehmen wir mal wieder so ein Pip off. Gibt es irgendwas im Kalender? Wir gehen mal ins Kino, würde ich sagen. Ähm. Zum Event gehen. 40.000 Abonnent. So viel hätte ich gern auf meinem YouTube-Channel. Ah, ma? Bläh, bläh, bläh. Bläh, bläh. Bläh? Mhm. Ja, ja. Dann wollen wir uns doch mal den Film angucken, würde ich sagen. Söchen. Ich kann halt gerade gar nichts einsehen. Ich kann dich mal vorspulen. Oh Mann. Na, zu Ende. Jo, wir gehen nach Hause. Jo, das machen wir direkt. Das da, Preview. Ich bin mal gespannt. Ah, dieses kleine Ding. 3D-Logo geht nicht anders. Ich hab noch nichts Neues. Von grün zu braun wäre das hier. Grün zu lila habe ich noch nicht. Deswegen machen wir das da. Orange zu braun haben wir auch nicht. Deswegen machen wir das da. Aber warum sieht man immer nur mich und nicht das Spiel? Äh, orange zu grün. Hab ich nicht. Mach ich das da. Lila zu grün haben wir auch nicht. Deswegen machen wir einfach das. Ähm. Machen wir das. Scheiß drauf. Ich brauche mehr Charisma-Punkte um mir Sachen zu kaufen. Schau mal. So, ähm. Ah, scheiße. Ähm. Machen wir das so. So und so. So und so. Ja. Aber neuen Rekord bekommen. Nice, nice, nice. Dann machen wir noch hier so schnell einen Pip. Nachricht. Ey, soviel hätte ich schon gern auf Instagram, oder TikTok. Alter, holy shit. Wir glauben nicht, dass der Schlüssel zum Erfolg einer YouTuber-Treffen. Okay. Aber erstmal gehe ich schlafen. Yo, das haben wir auch erledigt. Jetzt gucken wir mal. Die wollten doch bestimmt, dass ich hier was mache. Nein? Okay. Ah, hier. Einkaufen. Ich brauche mal ein bisschen was Neues an Klamotten. Wow, runtergesetzt. Cool. Ah, hier. Ääh. Ääh. Hosentechnisch, ne. So, wir sprühen mal ganz kurz ein bisschen vor. Ich will zur Präsentation gehen. Können wir uns doch schon mal... Was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Können wir schon mal die Kleidung ändern. Ich höre tatsächlich, dass... Youplay-Dings anlassen wollen. Ne, wir gehen jetzt nicht arbeiten. Wir essen noch mal eine Kleinigkeit. Ich kann ja mal gucken. Karten... Kann ich noch nichts kaufen. Okay. Schade eigentlich. Dann machen wir noch mal das hier. Läuft. 380 Dollar mache ich im Monat. Nice. Zubi-Wenken. Zubi-Wenken. Was? Je Old Balloon. Okay, mein Handy geht ja auch nicht. Das ist ein Jump-Runch-Spiel für die Halb-PC rausbringen. Ja, Preview ist eine Wertung von gut. Das ist, ja... Immer so. Wer ein Gratisexemplar möchte, soll Bescheid sagen. Nein? Oha! Die verschenken kein Spiel? Doch, da. Na? Na? Oh Gott. M-Hm-Hm-Nag-Left. M-Hm-Hm. M-Hm-Mha. M-Hm-Hm. Hat er mir jetzt das Spiel eigentlich gegeben? B-M-Hm-Lamb-Lamb-Lamb-Meh. Wo ich das Spiel auswehen konnte? M-Hm-Lamb-Left. M-Hm-Lamb-Left. M-Hm. Ja, mach mal. Okay. Na dann, Alter, 44.000 Abonnenten, holy shit. Wer ist denn das? Ja, mach mal. Das werden wir schon hinkriegen. So, einmal das geöffnet. Kommt noch was? Ich wusste es doch. Noch was? Ja, gut. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst, gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag. Und bye, bye. Rockstar, dancer, till I drop. My life is as hard in my home, Mr. Club. My stage is the dance, your body never stops.